schon beobachtet, ja, die lehnen sich raus, oh, N-Wagen, geil, hier, Fahrtwind und so. Und dann sag ich, ey, rein mit dem Kopf, ja, hab alles im Griff, alles los. Halt die Schnauze. Und beobachtet, ja, die lehnen sich raus, oh, N-Wagen, geil, hier, Fahrtwind und so. Und dann sag ich, ey, rein mit dem Kopf, ja, hab alles im Griff, ja, das läuft schon, wunderbar. Nichts läuft, Freunde, bis ihr den ersten Ast in der Fresse habt. Und das unterschätzt man sehr, sehr leicht, ja. Klar, wenn man noch jung ist und, ne, dann macht man drauf los. Aber bitte glaubt mir, da gab es echt schon Leute, die haben sich auch rausgelehnt. Und dann war der nächste Ast doch näher an der Strecke, wie einem lieb war. Und es gab schon Leute, die haben schwere Kopfverletzungen davon getroffen.